Jetzt haben die Höhlen auch noch mehrere Ausgänge. Ach man Leute, willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Ist auch auswillig nicht. Ihr habt nur ein schnell mal frische Luft geschnappt. Geht jetzt wieder zurück. Rechne aber nicht damit, dass hier der Leuchtefrosch ist. Obwohl vielleicht da oben... Oh! Na da! Ja! Nein! Ach man, ist doch nicht schon wieder... Es ist jetzt schon wieder genau ins Wasser gefallen. Oh, das kann nicht wahr sein. Juno, was machst du denn da? Juno, wir wollen das nicht kämpfen. Wir wollen eigentlich Klammer-Echsen sammeln. Das klappt immer nicht. So, ja, die können mich alle mal in Ruhe lassen hier. Keine Lust auf die Elektro-Viecher. Vielleicht, ja, ein schöner Ort zum Farm und so. Aber wenn ich den Schreiner-Pack immer hierher komme. Sonst sehe ich hier... Ich sehe hier nichts an Fröschen. Aber Klammer-Echsen. Her damit. So, okay, wo war ich jetzt? Genau da muss ich denn nochmal da nach oben. Maxi-Trüffel. So, ist mein Brett noch da? Wisse, mein Brett ist nicht mehr da. Düt, 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 düt. Ach. Ja, denn, denn, denn. Ich kletterte jetzt einfach hoch. So ein bisschen. Ja, komm, wir haben auch die Rüstung. Ich kletterte jetzt einfach hoch mit Rüstung, mit Anti-Rutsch-Rüstung. Obwohl ja nicht richtig Anti-Rutschungs-mäßig ist. Weil ich die noch nicht schon Stufe 2 habe. Aber ist schon wesentlich besser, ne? So ist cooler. So ist viel cooler. Okay. Ich lasse sie einfach mal an. So, nicht, dass hier wieder eine Höhle versteckt ist. Ah, nee, na, okay. Hatten wir auch schon, hatten wir auch schon. So, Froschvieh. Ja, hier ist noch nicht runterfallen hier. Aber immer nach oben gucken. Immer schön nach oben gucken. Nix. Okay. Weiter Richtung Schrein und noch mehr so ein Viecher. Mann, da ist er. Aber er hat wirklich keine Quest, Leute. Das ist ja ein ganz normaler Schrein. Mit so einem Steintypen. Aber wo ist denn jetzt der... Wo ist der Frosch? Vielleicht ist er hinter dem Schrein. Mal gucken. Aua. Da habe ich jetzt kein Bock hier auf die. Als ob. So, das schön in Ruhe lassen. Gut. Klopper. Steine abbaunen. Huah, ja. Da war auch wieder ein Versteck. Also wirklich. Oh, ein Diamant. Geil. So, schon mal einen Stempel. Löschen. Ha. So, bitte lass dir irgendwo das Ding ohne sein. Bar me talk schreien. Mhm. Actual. Ich kann hier erstmal nicht abhauen. Ich muss den erstmal finden. Kommt jetzt ja bestimmt irgendwo ein geheimer Gang oder so. Kling, kling. Bup, bup, bup. Hinter. Ja, hinter ihm. Nee. Über ihm irgendwie. Es leuchtet zu deutlich. Ich sehe nix. Hm. Ah, verdammt. Dann muss ich da nochmal auf dem Rückweg irgendwie halt wirklich nochmal rausgucken. Irgendwo wird der schon sein. So, erstmal. Das ist, glaube ich, ist auch wieder einfach bloß ein Raumruss sägen, weil das Finden wie dann die eigentliche Belohnung ist. Der war ja schön verschachtelt, ey. Ich habe auch bisher immer noch ein paar Höhlen sind so ja noch ohne Häkchen. Weil ich damals gedacht habe, nee, komm, das machen wir mal später. Gar keine Lust, aber. Ja, hier jetzt, woher ich habe echt einen Stiefhund. Immer diese Hochleistungsbatterien. Mann. Die braucht kein Mensch. Haps. So, Edwin. Geil. Noch ein Schrein. Oder was muss noch? Fünf. Fünf Stück nur noch. Leute, das dezimiert sich immer mehr. Ja, Mann, ja. Heeres Licht. Und Full Heel. Ja, noch ein bisschen Froschrüstung. Nun gehe er da hin, bitte. Ja, ich kaufe ja schon ab. So, dann als nächstes will ich dann noch so ein Schrein da in der Nähe von den Gongolbergen da mir holen. Der sieht nämlich sehr verdächtig aus, ja. Und ein Schrein auf dem Plateau, es wird eindeutig hinterm Wasserfall sein. Aber nee, Plateau erst später. So, aber nun. Wo sind hier... Oder wo ist hier der einzelne... Der einzelne Frosch? Den dem... So, erst mal kaputtgekloppt hier. Hat er doch nicht ganz... Hä? Ich muss mal kurz gucken. Ganz kurz nochmal gucken hier. Hui. Vorbeigehuscht. Der ist doch bestimmt doch hier irgendwo hier oben. Ist er doch irgendwie hinter dem Brett? Nee. Warte, wo ist der? Ich tru einfach wieder zu. Aber so, man hört ihn halt auch nicht. Weißt du... Hier, nur ganz ruhig. Tun ihn bitte jetzt nicht rumballern. Außer ihr seht irgendwie den Typen. Der müsste Bescheid sagen. Wow. So, hier irgendwo hinter... Nee. Verdammt, Leute. Wo ist der? Da oben ist ja wohl hin zum anderen Ausgang. Ich glaube nicht, dass der da irgendwie ist. Irgendwo im Wasser... Hier irgendwie zu... Jetzt hier irgendwie... Ah, nee. Okay. Aber ich habe gerade die Freude da jetzt irgendwo runter. Aber na, von da komme ich nur. Da soll ich eigentlich mit meinem Boot hinfahren. Eigentlich, was ich jetzt nicht gemacht habe. Oh, der ist jetzt aber... Scheint kniffliger versteckt zu sein. Liegt der nicht oben am Wasser drin? Nö. Oder doch da auf dem Rückweg. Also an sich hier der... Ich bin jetzt quasi genau in der Mitte. Normalerweise müsste der doch da irgendwo sein. Hier gehen wir nochmal kurz zurück. Gucken wir mich nochmal richtig um. Äh... Ja, hier habe ich ja... Ja, hier. Da natürlich, ne? Ja, bloß da waren jetzt halt nur Edelsteine drin. Von da her ans oben komme ich. Ist hier noch irgendwo eine brüchige Wand. Um noch mehr kaputt zu kloppen. Nee. Ich höre mal kurz einfach hin. Verdammt, warum ist der nicht hier? Der wäre doch so ein idealer Ort. Ja, boom. Oder muss ich jetzt noch mehr kaputt bashen? Nee, der ist halt hier nicht. Hier jetzt auch nicht hoch. Äh... Hups. Wann da eins am Anfang? Warte mal, kann ich... Wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich denn da hin, wo... Äh... Wo der Höhleneingang war? Guck mal schnell. Also da, wo ich auch diese... Decken-Grabscharplatte macht, Herr Ulrich ist gleich wieder draußen. Ah, nee. Perfekt. So. Genau. Denn halt... Hier irgendwo? Nee, ich höre nix. Ich höre ihn halt auch nicht. Hm? Wo ist der denn? Ich will nicht ernst am Anfang, denn... Ja, der Mitte ist halt nicht. Dann vielleicht doch bei den anderen Gängen. Nee, hier ist er ja schon. Auch ein geiler Höhleneingang eigentlich auch. Richtig cool. Verdammt, Leute. Wo ist das Vieh? Wo ist der? Hier ist alles nur... Hier gibt's nix. Nee, gar nix. Absolut nix. Ich gucke mal nochmal. Denn doch, da vielleicht bei dem anderen Ausgang. Nee. 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 Ich hab so viel Aussagen. Der Weg ist so kurz oder ganz ruhig. Hm. Hups. Aber dann geht nochmal schnell dahin. Wo da an den Elektrofischern... Da hab ich mich ja jetzt nicht so umgeguckt, ne? Weil ich auch ein bisschen Angst hatte. Ich weiß. Hat er da ein bisschen Angst? Hups. Er hat ja nicht so ganz krass geguckt. Nups. Hups. 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 Hupsi-dupsi-du. Die hilft schon sehr, die Rüstung. Hat dort echt ewig lange, bis Link von alleine runterrutscht. Hoppala. So. Oh, diese Dinger hier, Mann. So, komm, laufen wir in die Arme. Ja, zwei Stück. Cool. Hm. Nee, ich hab mir auch schon die Decke da angeguckt. Vielleicht muss ich die doch erstmal killen hier. Dann kill ich euch halt. Ein kleiner Gang. Die können ja überall sein, die Viecher. Hier über mir vielleicht. Jetzt mal nochmal. Klammer-Echse. Ja. Bzzz. Oh, da hat kein Bock hier eigentlich, ey. Uuuh. So. Okay, wurgeln. Bumm. Bumm. Boink. Boink. Kaputt. Na, guck. Guck. Halt mich hier erstmal in Ruhe umgucken, bist du da? Bzzz. Ja, schockt du mal hier rum. Jetzt bist du der, ich schockte. Ach, guck mal da, ich sehe was, ich sehe was. Leute, da sehe ich doch einen Gang. Oh. Schocken. Pfeile her. Komm, man hat auch noch gleich einsam mit. Mh. Ein Tierschild. Also Quatsch, brauche niemand. Spiel. Also wirklich. Okay, schön, haben wir einen Donner gefunden. Das freut mich. Plupp. Plupp, plupp, plupp. Plupp, plupp. Und dann zack. So, was haben wir noch drin? Ich gucke trotzdem mal nach. Wer weiß, ne? Wer weiß. Es ist ein Sandenschwert. Ja, okay, nimm mit. Und gleich mal machen, um hier die Dings kaputt zu kloppen. So. Na. Da ist er. Alter, du findest mich nie. Ups. Cool, und jetzt können wir hier raus. Hauen wir ab. Sehr schön. Häkchen, alles klar, bei beiden Höhlen. Oh, Mann, ey. So, als nächstes ist es halt hier irgendwie bei diesem Gongolberg. Genau, ihr rechnet eigentlich damit, dass der Eingang hier irgendwie ist. Und also habe ich mit gerechnet und ist er auch, ähm, ja, zum Stall oder was ist denn jetzt am nächsten dran? Ja, ist alles wieder so ein bisschen weit weg, ne? Obwohl hier, ah, die ist aber zu weit unten. Ich, äh, ich mache von hier. So. Auf zum Gongolhügel. Die Froschfüße. So. Ich bin gespannt, was kommen noch für Höhlen? Werden die noch so, werden die weiterhin simpel bleiben? Oder werden sie einfach nur noch krasser? Auf jeden Fall noch einschreien, dann habe ich einen Ausdauercontainer voll. Hm. Na, guck mal, wie geil das aussieht. Oder oben rechts. Einfach alles voller Herzen. Ich weiß, das wäre natürlich auch schön, wenn man drei volle Kreise hat. Aber wie wird das eigentlich erklärt? Weil am Anfang des Spiels hat Link ja wirklich alles voll. Aber ich glaube, er hat nur 30 Herzen, ne? So richtig nach dem Motto wie bei Breath of the Wild. So ein bisschen zu tun, als ob, hier, du hast 30 Herzen. Nur um dann am Ende einfach 40 zu haben. Ist schon cool. So, wartet mal. Hier ist die Richtung, die Richtung ist falsch, Link. Toll. Äh, da ist die richtige Richtung. Hat er gerade nur ein bisschen höher, um gleich schön weit fliegen zu können. Eieieiei, warum war ich hier eigentlich noch nicht so ernst? Krass. Ist auch richtig cool. Oder ist der eine Schrein? Wollen wir nicht hin? Wollen wir nicht? Dankeschön. Hups. Juuuuh. Hüuuh. Link festhalten. Hups. Immer schön an Höhe, you win. Ja. Ja, ja, okay. Ich suche Wasser und den Eingang. Der muss da sein. Hm, 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 hm. Ist die Musik eigentlich so ruhig? Alles so, so sehr, sehr chillig. Zu chillig. Hups. Hups. Einzelner Stein? Krok-Rätsel? Nö. So weit, der Weg stimmt, ne? Ja, okay. Ja, hier irgendwo denn da. Da muss was sein. Laufen wir doch mal wieder. Gucken wir uns die schöne Landschaft an. Guck mal, der Vogel, der da kreist. Hm, und mich gleich ankacken will. Ne, ich gehe lieber weg. Irgendwas zum... Okay, ich dachte gerade, da steht einer. Aber nö. Alles entspannt. Und... Ne, könnte da ein Krok sein? Moment. Das hier sieht komisch aus. Das hier sieht sehr komisch aus, aber hier ist nix. Hm. Nö. Ne. So, da hinten. Okay, da sind wir auf jeden Fall schon mal diese Eingezäunte. Ja, dann fliegen wir einfach. Ich würde ja so gerne richtig fliegen, aber kann Link ja nicht. Die Landschaft hat hier auch schon bessere Tage gesehen, oder? Warum ist hier alles so zerklüftet? Alles richtig kaputt? Naja, wohnen kann man hier nicht. Ups. Oh, guck mal, da hinten sind ja noch die Kreisruinen. Man hat schon so viel durch in dem Game. Dass man die ganzen Landmarks hier alle so schön sieht. Und auch wie das alles angefangen hat. Das Leute dir immer erzählen, woher... Hast du da hinten das schon gesehen? Ja, da musst du einfach nur der Kranzruine folgen. Und immer den Blick nach. Ach, ist einfach so toll. So, schreien in der Nähe. Ich höre ihn. Ich sehe ihn visuell blinken. Dann kann er nicht mehr weit weg sein. So, da ist der Stall. Wollen wir nicht. Oh mein Gott, an der Stelle finden wir auch so eine Sache, ey. Eine geilen Quests mit ihm. Mit dem Pelikan. Hoshi. Aber ich weiß immer noch nicht, wo Kashiva ist. Ihr meintet ja schon, der liegt da irgendwo. Der hat ja irgendwo ein Haus. So, irgendwo mal da gucken soll. Oder wo der irgendwie gewohnt hat. Da ist das Einzige, wo ich nochmal hin kann. So, wo ist denn jetzt hier? Auf dem Baum ist eine Blume. Toll. Aber ist hier auch irgendwo... Also, ich bin jetzt hier, wo eigentlich... Hier müsste irgendwo ein Höhleneingang sein. Äh... Ich gucke mal, schau von oben, ob ich den blauen Kumpel sehe. Wenn nicht, geht mir die... Ah doch, da ist er. Da ist er. Ich hab's gesehen. Hier ist wirklich ein Höhleneingang. Jawohl, da ist er. So. Oh. Äh. Ist das hier, kann ich dir doch nicht mitnehmen? Hey, bist du nicht... Bist du nicht so eine Pflanze von so einem Teil? Oder musst du dir kaputt hauen? Ach so, äh, kaputt hauen. Okay. Okay, äh. Und dann fangen. Ja, du hast mich gefunden. 40 bald. Gut. Dankeschön, Leute. Für die... Geduld mal wieder. Ich musste mir immer alles mitnehmen. Ich muss alles mitnehmen. Aber ihr kennt das ja bestimmt auch. Oh. Ist das ne... Ist das ne Ramda-Höhle oder so? Warum ist hier so... Warum ist hier so... Es könnte ne Ramda-Höhle sein. Entdeckt. Höhle am Gungelberg. Sie wird zum Schreit für Leute, ja. Oh. Wieder richtig, Mr. Big. Ich werde den Big eine reinklucken. So, fette Waffe. Alles klar. Ähm. Schleudertrauma. Komm, die ist ja eh bald kaputt. Dann müssen wir mal richtig ausrasten. So, hüpps. Achtung. Oh. Oh nein. Unser dicker Kumpel. Oh, oh, oh. Er will erst mal wieder pusten. Und den dicken Gleifplatte macht er richtig krass. Oh, und Master Sword geht auch. Tschüss sagen. Du, 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 du. So, jetzt muss ich ja den Spähen. Den Spähen will ich ja gerne irgendwas gar nicht ranhauen. Aber nicht von denen. Ist zu stark. So, nee, okay. Ah, diese Zeichen sind nur, dass hier Bockblins hausen. Okay. Hier hausen einfach die Bockblins. So, komm. Das bräuchte ich hier nicht. Zack. Yeah. Bockblinhorn. Sch, 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 sch. Tschüss. Na, dann düdum. So. Okay, das Schrein ist jetzt richtig nah schon. Aber irgendwie in Richtung, wo ich wieder hinkomme. Äh. Das geht ja noch weiter, ne. Das geht ja noch ein bisschen. Oh, ja. Eine Truhe sogar. Hm. Kloppen. Uff, uff. Dankeschön für die Pfeile. Geil. So, komm, jetzt ihren übelsten Edelsteinschatz. Ne, fünf Bomben. Ja, okay, nehme ich auch. Nehme ich. Nehme ich doch alles. Ah, habe ich hier noch einen Gegenstand vergessen? Also, was Wichtige zum Fusionieren? Ne, ne, mach mal kaputt. Oh, Safir, ey. Warum haben die den noch nicht den Kaffee gebaut? Kling, kling. So, Leuchtsamen. Danke. Und, wenn welchem Schwert hier? Komm, mit dem Sandschinen. Mistschwert hier. So. Ah, ja, Leute. Da ist noch ein bisschen Tunnelarbeit gefragt. Yonobo, passt du nicht durch hier? Yonobo. Oh. Nein, nein. Komm her. Komm her. Nein. Der hat sich durch die Ritzen gequetscht. So, Yonobo. Komm her. Los her. Boom. Oh. Okay, ich rostige als Zweihänder. Ja, machen wir mal wieder. Altmodische Tour. Keine Lust jetzt hier so lange zu warten. Boom. 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 Immer am Kommi mit. Wenn Yonobo fertig ist, flippe ich aus. Wenn Yonobo fertig ist, Schicke ging wieder los. Wenn er mal da wäre. Ja, weil... Ist da mal hier Noobo? Er ist ja auch hier im Wochenende. So, und während die Noobo auflädt, drill ich einfach. Da wird richtig schön gedwilled. Noobo, bist du fertig? Er ist fertig. Boom. Oh, wie alt so schön wegbröckelt, ey. So, hier scheint es optional irgendwo hinzulehen. Felshammer zerbricht gleich und da ist er. Down, Alter. So, halt. Boom. Oh, ich wollte gerade hier Noobo... Ich wollte gerade mit Yonobo hier richtig losballern. So, oh, da steht da einfach der Schrein. Kommt her. Ja, zwei eingesammelt. Da ist er. Okay, leider keine Schrein-Quest, ne? Das wird noch ein bisschen dauern. Boah. Aber der DJ... Oh, die Joni, Juh, Schrein. Jawohl. So ist es. Froschli? Nee. Der war jetzt aber überhaupt nicht so doll versteckt. Ist jetzt vielleicht mal wieder ein richtiger Action-Schrein? Bisschen Action? Und von Rückweg geht er den anderen Weg da lang? Um zu gucken, ob ich nicht noch das andere Signum finde. Rein da. Sehr schön, ihr seht da doch. Ey, Mann. Und dann der letzte... Der fehlt bloß noch der letzte Herz-Container, weil wir dann noch die letzten vier Schreine brauchen. Oh, nee. Oh, es ist mal wieder Nackedei sein. Dieser Schreinband und Leute hat ein Übel. Aber nur für diejenigen, die FKK mögen. Rotiert. Ernstendlich, ich bin so stark. Ich verklopfe die einfach alle. Ey, was sollen die denn hier machen? So, rotiert. Flammenwerfer. Den kann ich natürlich schön manipulieren und umdrehen, wenn ich es denn möchte. Oh, oh. Ja, boi, 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 boi. Na toll. Natürlich der, der so geile Sachen hat, wisst du. Ist dann natürlich so, dass er da runterfällt. Äh, was... So, aus. Oh. Oh, ach so. Ah, wartet mal. Da kann ich jetzt auch richtig ausrasten. Mit so Lanzendingern hier. Versöhnung und dann halt werfen. Das wird aber ein bisschen hart, ne? Das wird schon heftig, aber auch geil. So. Na. Zurückspulen. Ich komm euch hoch da. Ich komm euch holen. Ballack. So. Aua. Du Schwein, du spinnst doch. Oh. Gleich richtig verbrannt. So, der hat jetzt aber wieder einen Bogen, oder? Haha. Holzbogen. Und sogar mit, ne, mit keinen Pfeilen. Gott, das ist noch so viel. Das sieht noch so viel aus. Warum fehlt hier denn noch was? So, na, kommt der her. Hey, ja, kommt mir her. Ich bin hier oben drauf. Ich bin hier safe. Und wenn ihr jetzt ankommt, ja. Hä, wie doof sind die denn? Oh, Hilfe, Hilfe. Du arm, du arm. Nein, ich hab keinen Bock. Du, du, du. Na, komm her. Jetzt hat er wieder Angst, ne? Ich weiß nicht, soll ich wirklich? Ich weiß es doch nicht. Mit dem anderen hier. Kann ich den ohnehin hier herholen? Du, 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 du. Hoppala. Falsche Technik. Aua. Richtig weit. Zieh. Aus. Du, du, du. Oh. Geil. Du, 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 du. Ist das der Letzte? Wo sind denn die anderen? Ba, 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 ba. So, ich verbrenne einfach. Ich kissele ihn einfach ein. Der wird jetzt richtig im Feuer eingekesselt. Der kann nirgendwo hin. Hilfe, ich bin eh schon verwackt hier, Mann. Na, mach an. So. Fuh. Di, du, 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 du. Di, du, du. Au, je. Die Feuerstrahl. Ruff einfach. So, schön mitgenommen. Oh. Danke, Mann. Du kannst aus. Okay. Kling, kling, kling. So, dann hat er schön hier gedroppt. So ein Ding. Äh. Ja, wo sind jetzt die anderen? Äh. Oder sind die hier? Ach, die sind ja da. Machen wir jetzt so schon Pfeile? Nee. Okay, warte. Dann muss ich mal ganz kurz doch das hier auf dem... Oh, da kann ich ja nicht auf den Boden legen, wenn ich es immer einsammle. Um nochmal umgekehrt zu verbinden. Das ist schlecht jetzt. Ah, doch hier. So, auf den Boden. Und schön mit dem Dings hier. So, perfekt. Äh, nein. So, komm her. So, ja. Jetzt wird er hier. Kloppt, Alter. Huuu. Alter, sofort. Tod. Ja, doch, jetzt sind wir wirklich noch nach unten. Hier ist noch richtig was los noch. Ich dachte, ich bin tot, vielleicht darunter fallen. Tschuuu. Oh, ho, ho. Geil. So. Das wäre das. Oh, gut gemacht. Mann, Mann, Mann. Das war der letzte Nackte durch Schreien. Also hoffe ich. Na gut, ich kann es nicht genau wissen, aber ich wollte ihr nur ein bisschen Hoffnung geben. Wie ist das jetzt? Wartet jetzt der letzte? Der letzte Nackte überleben Schreien. Äh, muss ich erstmal wieder hier hochkommen? Äh, falsch. Aua. Ah, Mensch. So. Aufsteigen. Aufsteigen, bitte. So. Alles wie gehabt. Und bitte zurückspulen. So ein geiler Effekt eigentlich, ja. So. Aus. Fertig. Das war's. Oh. Der vorletzte Ausdauercontainer ist damit voll. Kurzer Zauberstab. Okay, den wechsle ich aus in meinen anderen kurzen Zauberstab. Wie schon so oft. Ein buntes Treiben. Immerhin und hertauschen. So, Schreien komplett. Habe ich schon hier den? Nee, den steht mir noch nicht gelöscht. So. Dann doch so, 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 so. Her damit. Gut, und dann bloß noch zwei Schreine. Und wie, also, bevor denn die letzten beiden Schreine kommen, die ich, wie gesagt, am Plateau gerne machen möchte. Da, la, 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 la. Ja, schön, ey. Graus hier, Mann, jetzt geh. Soll ich auch noch den Frosch finden? Ne, und dann sind die letzten beiden Schreine, die ich vor dem Plateau mache, die sind, glaube ich, da bei den Soras noch. Vor allem Ena ist da ganz nah am Turm. Also, äh, da muss ich da bestimmt auch hinter einem Wasserfall. So, muss ich mal. Ich gucke mal schnell kurz vorab. Also, also, der hier fehlen, auch die beiden hier fehlen noch. So, und hier, es wird halt auch irgendwo eine Höhle im Wasser sein. Vielleicht hier, vielleicht da. Da würde ich gerne eigentlich auch von dem Turm aus dann halt runtergucken wollen. Ja, das mache ich dann auch. So, aber jetzt erstmal, hier ging es noch woanders lang. In eine andere Richtung. Die natürlich auch wieder zugebummt ist mit Steinen. Das macht ja nix. So, ich komme. Oh, es sind ja noch zwei Richtungen. Vielleicht sogar. Yunobu, bitte. Was soll ich machen, Link? Los geht's! Ja, okay. Jetzt ist er hier, wenn ich jetzt über das Wasser rüber. So. Ah, nee, er ist hier. Cool. Nein, bitte nicht. Nein! Alter, du kannst eh nix wohin. Vergiss es, Mann. So. Stupp. Okay, vielleicht doch kein anderer Höhenausgang. Vielleicht rennt er hier einfach trotzdem irgendwie nur im Kreis rum oder so. Und jetzt hier, weil hier war jetzt irgendwo noch... Hier war doch irgendwie noch von anderen vorhin. Auf der Karte sieht jetzt so aus, als könnte das ein Höhlenausgang sein. Äh. 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 Dann ist der kaputt. Ja, ja, ja. Dann ist das halt so, Leute. Ist doch nicht schlimm. Solange ich den Novo habe Mut. Hm. Okay, ein bisschen muss ich wohl auch noch was machen. Äh. 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 Ne. Hm. Oh. Oh shit, Gegner. Gegner. Schossen. Hä? Hä? Ich glaube, einfach so, Jingschlangen ist ja ein bisschen effektiver, als einfach so zu wirbeln, oder? Oh. Äh. Scheiße, was musst du denn jetzt? Tschö. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. So ein Bogen in die Fresse. Jetzt nochmal, holst du hin? Ja. Boing, 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 boing. Okay, warum mach ich das mit dem Stein-Ding? Leg den komplett doof. Hier, das ist doch geil. Äh. Wie? Oh. 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 Leg den bloß nicht mit mir an. Leg den in die Ecke hier direkt und die Novo holt auch nochmal aus. Oh. Alter, einfach plattgemacht. Eine schöne Lanze von ihm hier. Halt mal her. So, halt mal die Lanze her hier. Oh, geht gar nicht. Warte, Rostlanze? Okay, warte, muss ich was wegschmeißen. Ähm. Das Ding hier. So, ups. Ups. Amiibo verwenden. Hups, habe ich jetzt nicht gemacht. Berühr den Punkt. Nein, wollte ich doch ja nicht machen. Warte, habe ich jetzt schon wieder gemacht? Also, hups. Wurde verklickt. Sorry. So, nein. Das Ding soll weg. Oh, warte mal da. Da sind die Viecher. Oh, richtig viele. Oh, zwei erwischt. Geil. So. Klar, mein Echse. Ich freue mich. Ich setze dich auch mal wieder voran. Ja, boop. Ja, boop. So, was? Wo bin ich jetzt hier? Leute, ich kam von... Ne, von wo komme ich denn? Das ist ja jetzt hier auch wieder... Ah, okay. Alles klar. Hier ist ein Höhlenausgang. Also, doch, Leute. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So. Noch zwei Dinge eingesammelt. Und hier habe ich ihn. Hätte man ja auch entdecken können, ne? So, ich glaube, da ist ein Krok auf dem Ding hier drauf. Ja, aber da habe ich jetzt keine Lust. Da gehe ich jetzt nicht hin. So, zwei Tunnel-Eingänge. Aber ich glaube, da war noch ein bisschen mehr. Wartet mal. Da war ja noch so ein Wasserweg. Irgendwie mit Felsen und so. Oder das war jetzt hier der, weil ich im Kreis gelaufen bin. Ne, vielleicht ja doch hier. Ich glaube, das ist der, der hier zum Wasser führt und so. Ja, genau. Da war ich auf der anderen Seite. Gut. Wir können abhauen. Auf zum Turm. Bop, bop. Jetzt da irgendwie irgendwo in deinem Wasserfall. hoffentlich in den weiteren Schrein finden. Und vor allem die Schrein-Quests. Mann. Eine Schrein-Quest fehlt noch. Doch, Jans, habe ich noch nicht die Sorge weg, dass ich vielleicht irgendwo noch mit einer Person nicht geredet habe oder was. Hm. Dass da doch noch irgendwie was fehlen könnte. Das wäre mies. So, wo ist jetzt hier ein Schrein? Oder wenn der hier ist, ja. So, ich gucke mal jetzt schnell. Also, ein Höhleneingang könnte auch wieder überall sein. Aber ich würde ja fast vermuten, wie in deinem, in deinem Sela-Wasserfall einfach. Oder? In der Nähe, aber tiefer. Ich habe mich ja an sich ja schlau gemacht, ne, wo die ganzen Höhleneingänge sind. Wo sie habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. So. Oh, geil. Hier kann man einfach voll abspringen. Äh, warte, 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 geh mal so. Ist hier so ein bisschen hier so. Gucke. Irgendwo Höhleneingänge. Und ich wollte ja, wenn denn zum, zu einem Wasserfall. Ne, das hier, das sieht ja doch alles so, das sieht doch danach aus. Ne, das, das, die. Sonst sehe ich hier kein Höhleneingang. Also, die Sonne ist wieder ein bisschen doof. Ne. Das würde hier schon mehr Sinn machen, glaube ich. Weiß ich hier. Ich fliege mal gleich. Warte, warte. Warte, was, da ist ein leuchtendes Vieh? Ist das ein leuchtendes Vieh? Ja. Okay, gut. Dann, dann doch hier lang. Dann ist die Höhle doch hier. Ja, da, da, da. Hups. Hups. Eigentlich ist es nicht, wo der, wo, wo, wo. Steht der voll nah am gegnerischen Lager. Pschsch. Kleiner, hau mal ab. Zeig mir mal, wo du hinrennst. Zeig mir, wo du hinrennst. Oh, scheiße. Ach, da einfach rein. Gut. Gut. Äh, ja, das, also ich hoffe, das ist die Höhle. Verdammt, könnte es auch nicht sein. Verdammt, verdammt, verdammt. Weil die jetzt so weit weg ist. Aber nee, wir hatten auch schon andere Höhlen, die waren auch weit weg. Deswegen hier willkommen in, äh, in der Höhle unter dem, so, Rona-Hochland. Oh. Was, äh, hier, äh, Ruinen. Könnte also sein, dass hier, das hier, dass ich hier eine Quest finde. Master Schmerzkraft ist zurückgekehrt. Oh, ist aber schön. Das ist ja wirklich toll. Toll. So, komm her. Und los, Ballern! Ist hier, ist hier, ist hier Wasser? Nee, also, sammle ich dich ein. Was hat er jetzt hier frei gemacht? Achso, einfach, dass ich da hochkomme. Ja. Einfach, dass ich nicht so hochklettern, dass ich nicht rutsche, sondern einfach am Flut. Ja. Ja. Okay, Leute, ey, vielleicht haben wir hier echt die letzte Quest. Das wäre toll. Ding, ding, ding. Oh, die Freunds. Dann gucken wir mal jetzt schnell. Oh, eine Krabbe. Danke. Ausdauerkrabbe. Umdrehen lieber nochmal, immer noch nach dem Vieh gucken. Muss zusätzlich leider, leider auch immer noch sein. Oh, das ist ja leuchtig, aber auch geht bald kaputt. Oh, was haben wir denn hier jetzt alles noch? Fehlen wir aber doch um eine Truhe. Warte mal, ihr Spinner, haut da mal ab. Guck mal. Yonobo, wo ist denn jetzt Yonobo schon wieder? Yonobo. Yonobo hat immer keine Lust. Der will mir immer nicht helfen. Der ist immer... Wo ist er denn? Ja, bin ich doch, Link. Besuchst du mich? Äh. Du musst mich halt richtig suchen. Yonobo, was machst du? Was rollst du da zusammen? Mann, Mann, Mann. Ich muss einfach bloß hier hoch. Dann sind die doch schon weg. Warte mal, ist hier ein Wassertunnel? Link, was machst du denn? Ich glaube, jetzt echt, die sind hier eingegangen. Ey, hier ist voll der Secret Gang. Okay, warte. Och, ich glaube, jetzt echt... Mann, ey, diese Viecher. Warte, der hat keinen Bock, sich mit denen zu befassen, ey. Weil die einfach nur nerven. So, ab. Kopf ab. Yonobo bitte ganz kurz nochmal da, jeden Ballern. Das ist hier... Oh, das ist aber auch fies versteckt, ey. Oh. Aber tatsächlich nur für richtig viel Loot und Kletterechsen. Alle beiden eingesammelt, geil. So, dann muss ich jetzt aber mal ein bisschen hier stone-mäßig... Wo sind die Steine? Wenn das hier so richtig versteckt ist, soll der Inhalte hoffentlich... Ach, schuf! Diamanten! Äh, okay, Bernstein. Äh, Saphir, na gut. Na, hopp, hopp. Salz. Kein Diamant? Na, gab ich eigentlich hier noch. So, wo ne ich jetzt natürlich... Wo will ich jetzt hier rauskommen, ne? Wenn ich hier jetzt reingehen würde. Aber nein, ist doch nicht wichtig. Ich kann ja... Hier reicht ja aus, um nach oben zu kommen. Ja, da jetzt wollen wir einfach weiter. Warum ist denn da eigentlich noch mehr? Alles klar, kurz mal hier ein bisschen... Bumm! Okay, keine Ahnung. Vielleicht sollte der so ja den Weg versperren, dass ich hier doch nicht hochkomme, wa? Weil hier irgendwie so ne... So ne... Weil die Steine hier im Weg liegen. Ich guck mal, ah! Oder weil die so ne Verbindung denn doch weiter nach oben hast, dass ich komplett nach... Rausgehe. Äh... Ne, cool. Hab's gerade echt so frei gebombt. Aufmelken. Tschau. Ohne Sora-Lanze. Okay, cool. Jetzt kann ich vielleicht mal meine Alte ein bisschen... Später wieder wegschmeißen oder so. Oder mal... Und dann werde ich benutzen. Oder halt einmal die Quests machen, ne? Leute, ist ja bald so weit. Ja! Wir machen ja eh bald jetzt einen Quest, wenn wir die Schrein alles erledigt haben. Aber dann mach ich vielleicht jetzt sogar zuerst, dass ich meinen ganzen Diamanten mal loswerde. Ha! Ha! Uff! So, ich hab bloß... Keine Ahnung. Ich glaube, wir jetzt hier jetzt nicht Richtung Schrein, oder? Ah, warte mal, ah! Uff! So, Sauerkraben. Danke, danke! Buh, duz! Wir haben dat Vieh! Ähm... Hm... Aber irgendwas muss ich dir jetzt eben, ne? Und der Schrein... Ausschlag ist auch da. Ne! Ne! Felsbrauchkammer geht gleich kaputt. Genovo! Macht alles kaputt! Geht's irgendwo hin? Jetzt da noch irgendwo hin? Warte, ich meine, jetzt bin ich ja hier... Jetzt bin ich ja hier durch, eigentlich. Der weiß aber nicht nur wegen der Truhe hier und alles. Warte, hier alle? Ne! Genovo, komm, letzte Felsen, ernstlicherweise. Alles kaputt und... Ne! Ähm... Hm? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich meine, ich komm von... Ich komm von irgendwo, aber... Von hier so? Naja, also wenn dat war, auf jeden Fall... So war ne Höhle nie dat einzige. Warte, ich geh mal vielleicht einfach hier die Decke hoch. Ja, wer weiß, wo ich hier bin. Wenn ich jetzt hier... Vielleicht komm ich dann auf der anderen Seite der Wand, oder Wand? Und dann... Ultra Seagoodway! Äh... Ne! Das fühlt sich so an, als wär ich jetzt ganz oben. Hm... Äh... Hätte das sein können, hätte das sein können. Höh? Höh? Und schüss. Zurück nochmal. Hm. Ne, aber so ne Höhle war dat sonst noch nie. Dat muss hier nur irgendwo anders lang gehen. Dat muss hier irgendwie... Entweder wirklich zum Schreien... Oder ne kleine Truhe... Oder da kann nicht sein, dass nur die Billigtruhe da ist. Warte, geh jetzt mal hier. Wo ist denn hier noch überall hoch? Hier? Ups! Steine über Steine. Da oben waren wir, wie ihr sagt. Ne, ist ja jetzt schon wieder der Ausgang. Hier bin ich hochgekommen durch Dings. Hier noch irgendwie, was... Die Wände, hier ist alles zugeschüttet. Hm? Nanu? Ne. Aber hier ist auch diese Vieren hier an. Einfach die... Wie gesagt, nicht nur wegen dem Signum. Mit dem Sigma... Weiß ich, war da... Ne, der muss doch irgendwo anders lang gehen. Roste gar zwei Hände erst mal wieder ein bisschen hier... Boosten. Tschupp! Ne, warte, das kann nicht sein. Ich bin überfragt. Moment. Nochmal hin. So. Also, ich bin dann halt hier... Ah, denn... Oh, das ist doch mal nur so eine Höhle. Ne, das kann aber nicht sein. Wir hatten immer mehrere Sachen. So, da hat man hier die Wand weggesprengt, damit man dann... Auch hier unter so hochkommt. Ne, so. Ich habe einen Eingang mit... Ja, nur mit Edelstein. Hoppala. Das muss aber hier noch irgendwo... Das muss jetzt hier jetzt mal lang gehen. Weil das geht ja sonst nicht mit den rechten Dingen zu. Die sind doch so Ruin halt. Ja, Truhe, toll. Und der Gang ist aber nur für diese Vieh. Hä? Aber an sich ist die auch Sackgasse. Vielleicht war doch wirklich nur so eine Höhle. Naja, gut. Okay, dann war das halt leider die Falsche, um hier zu dem Schrein zu kommen. Hätte ich aber jetzt eigentlich gar nicht gedacht. Naja, okay. Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part ja aber erstmal. War wieder cool. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Nächstes Mal. Ja, wir machen einfach weiter. Ich mache mich jetzt noch mal richtig schlau. Und so. Aber hey, wir haben eine Höhle gefunden mit... Naja, nicht so tollen Sachen. Vielleicht ist er doch irgendwo hier. Und ich muss bloß nochmal in der Uhr gucken. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.